Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Heute ist Tag 7, also auch Foto-Challenge 7. Ich bin mal gespannt, was ich heute so ziehe. So, das wird meine Challenge sein für heute. Ich zoome mal ran. Challenge für heute wird sein Kunst oder Kitsch? Kunst oder Kitsch? Da bin ich ja gespannt, wie ich das umsetzen werde. So, da die heutige Foto-Challenge ja heißt Kunst oder Kitsch, dachte ich mir, mache ich was mit einer Rose. Das heißt, ich gehe jetzt in den Laden rein und hole mir eine Rose und werde damit dann irgendwas Kreatives umsetzen. Mal gucken, ob das klappt oder wie das klappt und ich nehme euch mit. Viel Spaß! So, da sind die Rosen jetzt und ich habe jetzt vor, einmal mit den Rosen hier an der Wasseroberfläche so ein paar Fotos zu machen, dass sie spiegelt, da was Kreatives hinzubekommen. Der weitere spontane Idee ist, ich werde diese Rose hier hinstellen und dann das Foto machen mit dem Licht dahinter. So ungefähr so. Es fing an, dass ich einfach das Bett so präpariert habe mit der Rose und zwei Abiturlichter drunter. So sieht es aus. Echt ziemlich cool. Und das Ganze dann von hier und so in der Optik. Und dann habe ich noch das Licht ausgemacht. Next Step. Ja, hat auch was, finde ich. Und da habe ich noch mein Handy angemacht mit blauem Licht. Das würde dann ungefähr so aussehen. Ja doch, das ist doch ganz cool. Und mein abschließendes Foto, was ich final ausgewählt habe für diesen Tag, ist folgendes. Tschüss.